Vielleicht kann man den Jungen mal Hilfe geben. Ein Herzchen für Sie. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie sich einen schönen Tag. Essen Sie ein gescheites Händl aus bayerischer Produktion. Trinken Sie ein Bier und entspannen Sie sich einen schönen Tag. Vielen Dank. An die Journalisten aus Berlin. Wir fragen sogar seltsame Menschen auf Händen raus, liebe Freunde. Es gibt es woanders, oder?